Willkommen zurück zum Story-Final. Ja, Story-Final ist gut. Welche Story haben wir denn? Rette Princess Peach und hau ab, oder wie? Also willkommen zum Finale von Super Mario Bros. The Lost Levels. Hier geht's in D4 weiter mit Luigi und seinen Supersprungfähigkeiten, die mir hier irgendwie zum Helfen ist werden. Aber trotzdem, das Castle schaut ähnlich aus wie das... Boah, hüpft er hoch! Ach, ja, das ist ja mal ein toller Start. Boah, Wahnsinn, ich bin denn nur im Kopf gehüpft. Das wurde irgendwie verleichtert. Ah, verleichtert, eher leichtert. Nur mit dem Feuerstick, das ist ein bisschen schwieriger. Ja, stört mich nicht weiter. Okay, also kann ich jetzt den Barakkupe hier direkt auf den Kopf hüpfen. Und jetzt heißt es hier runter. Yes! Was, ich kann gar nicht in die Röhre rein? Ach, nee, anderer Weg? Wie soll man das mit Mario schaffen? Boah! Ich dachte, die fährt nach rechts. Ja, wie hätte ich denn das annämen können, dass ich ein Transportmittel zur Verfügung hätte? Das würde mir keiner glauben, dass hier ein Transportmittel hier gestellt wird. Ach, Luigi. Konntest du nur so doof sein? Mal ehrlich. Keiner wird dir hier den Arsch retten. Keiner wird dir hier irgendwas zur Verfügung stellen. Außer so einen gemeinen Pilz. Okay. Geil. Schaut cool aus. What the heck? Wo sind wir denn hier gelandet? Im Castle zumindest? Nicht mehr! Das war gemein. Das war richtig, richtig gemein. Ach, der Blooper. Der kann mich doch mal... Zielstiege? Was? Ich hoffe mal, dass das das Ziel ist. Und? Nein, gar nicht. Ich gehe oben. Okay, oben ist nichts. Ich gehe doch nicht oben. Gib mir die Röhre. Ich will in die Röhre. Bonus! Ich meine, jetzt hätte ich oben gehen können. Vielleicht wäre da irgendwas... Grausames passiert. What? Bowser! Oh, geil! Ein paar Fragezeichenblöcke. Du bist aber schon gut. Ich kann da unten durch. Ist das ein Rätsel? Ach, ne. Jetzt tut es mir aber leid. Dass ich unten durch bin. Ach, das muss ich nachholen. Okay, wo geht es hier hin? Och, ne. Das ist die Röhre. Na toll, jetzt bin ich ganz am Anfang. Na dann. Gesterben, Mario. Beziehungsweise in dem Fall. Luigi. Du kannst dir ein Leben bei Mario abziehen. Aber ich glaube, das wird es nicht spielen hier. Oh, oh. Ja. Das geht sich nicht aus. Das habe ich schon gesehen. Verdammt. Ein Leben nur noch. So, locker geht sich das aus. Gut. Da Luigi relativ hoch hüpft, kann ich den auch ganz unten mitnehmen. Oh, warte mal. So, gleich voll durch. Voll durch. Perfekt. Und in die Röhre. Haben wir vielleicht hier irgendwo einen Power-Up? Secret Power-Up. Nope. Gar nichts ist hier. Gar nichts ist dem guten Luigi vergönnt. Diesen Hammerbruder werden wir auch lächelnd. Oh, passieren. Und zwar mit einem Toad. Na toll. Ja, wer rechnet damit, dass der genau im falschesten Moment der falschesten Momente springt. Das ist doch wirklich mal unfair. Ganz ehrlich. Oh, oh. Ja, ich habe es zu spät gesehen. Dass das nichts wird. Vier leben nur noch. Luigi. Das kann es doch nicht sein. Lass dich nicht so ausnutzen. Von diesen gemeinen Fieslingen hier. Jeder will dir was klauen. Und alle haben sie nur eins vor. Entweder Power-Ups klauen oder One-Ups klauen. Was anderes fällt denen gar nicht mehr ein. Ich meine, es ist doch wirklich die Frechheit. Hier. Wehe, wehe, du springst jetzt. Wehe. Nein, das gibt es nicht. Ich habe extra lang gewartet, damit er vorher springen kann. Was macht er? Er springt natürlich genau dann, wenn ich springen will. Nein, ich will aber auch springen, wenn der Luigi springt. Ja. Super. Das hätte ich verzichten können. Dann halt eben auf die harte Tour. Komm schon, Hammerbruder. Eins gegen eins. Wer wird gewinnen? Ich hatte Angst. Ich habe nicht gewonnen. Oh Mann. Jawohl. Im Style rückwärts geht Luigi durch das Level. Also ob er der größte wäre und beim Hammerbruder fehlt er. Und hier lässt er sich beißen. Na, das geht sich nie und nicht mehr aus. Du bist doch ein wahnsinniger Luigi. Oh Mann. Wieder mal die Mova gegangen. Och nee. Das war die Blume. Die Feuerblume. Ich dachte, die konnte man einsammeln. Zumindest hat sie nach Feuerblume ausgeschaut. Die Flamme hier. Aber Die war ganz gemein zu Luigi. Ja, nicht von so einem blöden Chip-Chip noch treffen lassen. Ah, bremsen. Und rein mit dir. Ich meine, Luigi nicht so spät rauskommen würde. Ja, wieso? Jetzt hätte es doch geklappt. Ich hüpfe genau in den Hammer rein. Ah, da kann sich der kleine Hammerbruder schon was einbilden. Auch wenn er nicht so viel Skill hat. Trotzdem, den guten Luigi zu biegen ist schon eine schwere Sache. Naja. Okay, vielleicht auch nicht. Solange er mich nicht auslacht. Ich glaube, ich werde das verkrapften. Verkrapfen. Naja. Ich wollte da unten durchrennen. Aber was soll ich denn machen, wenn der dauernd so doof rennt? Also. Jetzt aber. Jetzt passt es. Nein. 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 Okay. Zielstiege. Yes. Das hat genau gepasst. Und diesmal gehe ich da oben entlang. Obwohl, er hätte vielleicht ein paar absenken können. Ganz am Anfang. Naja, wie auch immer. Ja, die Münzen brauche ich jetzt auch nicht mehr sammeln. Komm schon. 11 Stück. Was willst du damit reißen? Willst du dir damit ein Eis kaufen? Oh yeah. Bowser ist wieder am Werk. Bowser ist am Werk. Oh nein. Ein ganz gemeiner. Und wir haben ihn pariert. Wir haben ihn ausgedrinkst. Ja, draufhüpfen traue ich mich nicht auf den. Boah, war das ein geiler Kill. Double Kill. Double Kill. Nein, nicht in die Röhre rein. Ah, die habe ich schon genommen. Oh, verdammt. Das wird hart. Das wird echt hart. Das wird noch ein schlimmes Ende mit Luigi nehmen. Ich tue so gerne Röhren checken. Also, ob Luigi nichts anderes den ganzen Tag zu tun hätte, außer Röhren checken. Aber was soll ich denn machen, wenn er das eben so gerne hat? Und ich noch dazu. Ach, ein bisschen zu kurz gesprungen. Macht nichts, Luigi. Das hat nur ein heißes Ende genommen. Ein bisschen verbrutzeln, das tut dir doch nichts. Das hältst du schon durch. Ups. Da hat sie ihn doch glatt erwischt. Und wir sind wieder mal die Mauer geworden. Fünf neue Leben und trotzdem, es geht weiter. Wir machen nicht Halt vorbaus, wir schrecken hier nicht zurück. Nicht im letzten Castle von D4. Wir gehen gut gelaunt, hochmotiviert hier voran. Oh, das ist so fies. Ich mag nicht mehr. Wenn der da rauskommt, wenn ich hüpfe, ich meine, viel gemeiner geht es doch gar nicht mehr. Nein, aber echt jetzt. Muss mal ein Machtwort gesprochen werden. So ein Shit. Jetzt fühlst du dich gut, was? Dann eben nicht. Das war nicht gut, aber ich hab's neu überlebt. Jetzt nicht mehr. Schade. Zwei Leben noch. Okay, okay. Jetzt geht es sich aus. Jawohl. Jetzt geht es sich schön aus. Boah. Der springt da fast bis ganz an die Decke. Okay, warten. Und schön durch. Abbremsen. Und rein. Hammer, Bruder. So, was hast du mir diesmal mitgebracht? Ich hoffe keinen Hammer. Oh, war das knapp. Nein. Boah. Ah, zum Glück. Geht sich alles noch schön aus. Checken. Wo ist der Pilz? Nirgends. Okay. Dann nehmen wir eben nur die Münzen mit. Kein Hidden Block? Das würde mich jetzt interessieren. Ah, nee, nein. Boah, es wäre aber schon schwer. Man könnte, glaube ich, mit vollem Anlauf durchkommen. So, jetzt nicht in die Röhre rein. Und wir nehmen Bowser wieder mal frontal. Boah. Knapp. Ja, mit Luigi ist das relativ einfach. Mal auch. Boah, der nächste Hammer, Bruder. Der ist aber fies. Von dem habe ich nichts gewusst. Das war ein Cheater, eindeutig. Ach, nee. Wieder mal von vorne. Kommt, Leute. Das könnte mir doch nicht andauernd antun. Immer das Gleiche. Hier mit den Lost Levels. Oh, nee. Und es ist wirklich schwerer als Super Mario Bros. 1. Auch wenn man hier... Ja, wenn man hier, glaube ich, nicht vom Level starten könnte. Das wäre Overkill. Jedes Mal die gleichen... Na, super. Die gleichen Levels nochmal spielen von 1 bis 3. Boah. Ich glaube, das wäre es. Wenn sie das eingebaut hätten, ich glaube, dann würden nicht viele das Spiel... Ähm, naja. Sag ich mal, ohne Schaden überleben. Oder ohne Controller-Schaden. Was auch immer. Und das ist echt brutal. Wenn man das blind durchspielt und keine Ahnung hat. Oh, yeah. Dreierpack Cheep Cheeps. Ihr seid doch verrückt. Die wollen es wissen. Eigentlich hat das immer gut geklappt. Wenn er gesprungen ist, dann mitten... Mitten durch. Natürlich hat es jetzt das erste Mal nicht geklappt. Ach komm, habt ihr kein Power-Up für mich? Ich würde so gern eins haben. Es würde auch Luigi guttun. Ein bisschen besser aussehen würde auch dabei. Und nicht so schwächlich. Nicht so kraftlos. Jawohl. Diesmal ist nur ein Cheep Cheep gekommen. Abbremsen! Und rein. Okay. Hm. Was mache ich? Was mache ich? Das war nix. Oha, knapp, knapp, knapp. Jetzt aber schnell! Und Luigi war zu langsam. Und... Das ging gar nicht. Ach man. Komm schon. Wie lange brauchst du denn für dieses Castle, Luigi? Das gibt's doch nicht. Ich meine, es ist nicht einfach, klar. Aber ich meine, so schwer wie 8-3 kann's doch nicht sein, oder doch? Ach, was weiß ich. Ich meine, mit Mario wäre das im Nachhinein ein Hit zu spielen. Das ist sicher noch um einiges schwieriger. Denn Luigi hat da schon leicht spielen. Mit seinen geilen Sprung-Skills hier. Kann er schon gut mithalten. Ich frage mich gerade, ob sich das Mario überhaupt ausgeht. Das geht sich ja auch mit Mario aus. Hier sterben. Aber... Naja, vielleicht nicht, oder? Muss eigentlich schaffbar sein mit Mario und Luigi, oder? Das wäre doch komisch. Aber Luigi kann irgendwie einfach geiler springen. Viel weiter, viel höher. Ich glaube, das würde Mario nicht packen, den Sprung. Abbremsen! Und rein. Mach mal halblang hier. Yeah, er hat gar nicht geschossen. Ich glaube, sonst wäre er je wieder tot gewesen. So. Nein, lässt er sich beißen! Luigi! Das darfst du nicht. Es ist verboten. Beißen verboten! Absaufen auch. Wie oft denn noch, Game Over Game? Nee. Der Sprung hat nicht gepasst. Komm schon, Luigi. Letztes Leben! Das wirst du doch nicht vergeben! Was auch immer Luigi vorhat, ist es aufgegangen. Jawohl, jawohl, jawohl. Okay, warten. Safe spielen. Okay, die Cheep Cheeps kommen ungünstig, aber es geht sich aus. Ah, bremsen! Und halt. Oh, Mann. Oh, die Stelle ist so geil. Jahu! Immer wenn ich springe, springt der auch. Anscheinend. Ich musste irgendwie schneller sein. Langsam mag ich aber echt nicht mehr. Das wird mir irgendwie zu gefährlich. Nein, Cheep Cheep Null. Boah, knapp. Abbremsen. Luigi nicht vergessen. Ach, ja. Ja, so geht's. Okay. So ist es kein Problem. Boah, knapp, 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 knapp. Kommt hier noch was? Nein. Ja. Perfektes Timing. Es geht sich aus. Luigi, das hast du toll gemacht. Darum wirst du jetzt kräftig ausgelacht. Komm schon, Pause. Ist mir jetzt egal. Ich mag jetzt einfach nicht mehr. Okay? Ich werde schon langsam müde. Sag nicht, dass das die einzige Plattform war. Ah, die geht hoch. Okay. Das wäre echt fies gewesen. Oh, Gott sei Dank, das Timing richtig erwischt. Oh, das schaut geil aus. Das schaut richtig geil aus. Nein! Ich sehe schon den Schluss. Und dann kommt die Flamme zweimal gleich. Ich könnte dich killen. Das hat so gut ausgesehen. Wieso wird mir jeder Versuch einfach so gemein weggenommen? Sag mal, durch Eigenverschulden wäre es ja okay gewesen. Aber so, ich meine, das ist richtiges Lack. Kommt die Flamme zweimal oder einmal? Lassen wir mal raten. Und zwar den Luigi. Der ist ja gut darin, zu sterben und das Falsche zu erraten. Natürlich. Kommt sie zweimal. Genau, wenn Luigi runter will. Dann gehen halt nochmal Game Over. Aber jetzt. Komm durch. Komm durch. Komm durch. Und lauf. Was das Zeug hält. Oh, knapp, knapp, knapp. Oh, jetzt hätte ich die Chance gehabt. Aber ich bin safe. Ich bin kein Meister des Sterbens. Also es ist nur Luigi. Okay. Schnell, schnell, schnell. Ja! Das Timing geht sich perfekt aus. Puh. Perfekt. Ach ja. Für was der eine Pause da in der Mitte gemacht wurde, das verstehe ich nicht. Denn man kann einfach lockerlässig unten durch. Oder gibt es ein Secret-Ending, wenn man ihn so ausspielt? Oh, ein Pilz! Ein Pilz! Ja, der war kurz. Super. Aber egal. Wir haben es schon gut weiter geschafft. Das ist so fies auf die Stelle. Oh, Gott sei Dank. So. Weh, du kommst zweimal. Gott sei Dank. Der richtige Bowser kommt. Kommen da noch irgendwelche Flammen? Oh yeah. Jetzt wird es krass. Jetzt wird es richtig krass. Er spalt gar kein Feuer. Was machst du, Bowser? Bist du gnädig zu mir? Er ist gnädig. Das nutze ich aber beinhart aus. Das kannst du vergessen. Und wir haben... ...Princess Peach gerettet mit Luigi. Boah, da könnte ja Mario richtig neidisch werden. Thank you, Luigi, for restoring peace to our kingdom. Hooray to our hero, Luigi. Push start. Okay. Safe and quit. Okay, das heißt, wir haben es durchgespielt. Hm. Was jetzt noch ganz nett wäre... Also... Ich meine... ...die normalen Welten mit Luigi zu spielen... Ich dachte ja, dass die normalen acht Welten... ...Sternwelten wie das sind. War aber nicht so. Was mich jetzt interessiert noch, ist... ...D4 mit Mario zu spielen. Einfach nur so just for fun. Geht's gut, geht's nicht gut. Ihr könnt's euch antun. Ihr könnt's euch nicht antun. Aber ich will's wissen. Ich will's mit Mario wissen einfach. Der ist schon neidisch geworden auf Luigi. Mir kommt vor. Mario rennt auch nicht so schnell als Luigi. Hm. Interessante Sache. So, und jetzt frage ich mich. Wie soll dieser Sprung möglich sein, Mario? Wie? Es geht sich nie und nie mehr aus. Ah, ich muss vom Timing her noch ein bisschen... ...ja, es geht sich aus, okay. Dann habe ich das Ganze akzeptiert. Nur jetzt der Hammerbruder. Ja, war schon interessant. Wie soll ich denn hier vorbeikommen? Da muss ich genau das Fenster erwischen. Jawoll! Mario, was ist denn mit dir los? Du schaffst es aber nicht beim First Try, oder? Oh, oh, oh. Hm. Konzentrieren. So, dieser Sprung ist aber jetzt richtig heftig. Nein! Es hätte sogar funktioniert. Ach, Mann. So schade. Okay. Oh, dass du noch immer nicht die Schnauze voll hast von dem Castle. Nur du schon Luigi so oft zugesehen hast. Ach so, das geht jetzt nicht. Okay, das muss reichen. Und spring! Hm, jawoll. Wow. Knappe Sache. Boah, wie schnell Mario abbremsen kann. Hammer. Aber es ist hart. Zu sehen, wie... Luigi ein... Boah! Ein Meister, der... ...Sprung- und Laufkünste ist. Hm. Ich werde safe spielen. Ich werde safe spielen. Jawoll. Ja. Er schafft es wirklich. Mario, Wahnsinn. Und hier haben wir den Mario-Bonus. Jetzt ist halt die Frage. Wo war... Wo war das Power-Up? Wo war das Power-Up? Hier? Nein, es war hier. Okay, okay, okay. Ich hab's. Schaut gut aus. Komm, Mario. Mario. Nein! Er versauts. Er versauts. Er versauts. Yes. Das hat gepasst. Gleich jetzt. Yes. Nein! Ja! Es ist geschafft! Auch mit Mario. Ja! Ein würdiges Finale auch noch zum Ende. Für Mario. Damit er nicht mehr neidisch auf Luigi sein muss. Ich bedanke mich für eure Unterstützung bei diesem Projekt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat ein bisschen gedauert. Blind ist es halt... Boah. Schon hart. Keine Frage. Und ich sag, bis zum nächsten Mal. Bei einem anderen Projekt. Hier auf meinem Kanal. Euer Bayo. Bis dann.